Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern vom SC Preuß Münster. Endspurt in der ersten Fußball-Bundesliga mit dem 31. Spieltag. Wir sind im letzten Spielmonat, dem Monat Mai 2020 angekommen und dort empfangen wir am 2. Mai den HSV, beziehungsweise wir sind zu Gast beim HSV im Hamburger Volksparkstadion. Und für den HSV geht es für heute schon um alles, denn heute müssen sie schon gewinnen. Denn ansonsten könnte möglicherweise, wenn sie heute nicht gewinnen und die Konkurrenz aus Stuttgart und Augsburg zeitgleich gewinnt, dann könnte heute schon der Hamburger Abstieg besiegelt werden. Und darüber dürfen wir uns als Preuß Münster natürlich keine Gedanken machen, denn wir kämpfen. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, aber vier Spieltage vor dem Ende stehen wir immer noch auf Platz 4 und kämpfen gegen den FC Schalke 04 eben genau um diesen Platz. Preuß Münster und Champions League, ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht wird das bald wirklich Realität. Allerdings, wenn man es ein bisschen ironisch betrachten möchte, kann man sagen, Preuß Münster steckt in einer kleinen Krise, denn sie sind seit zwei Spielen ohne Sieg. Die letzten beiden Partien endeten jeweils 1 zu 1 unentschieden. Am letzten Spieltag spielten wir in Mainz in der Kofas Arena 1 zu 1 und ich denke, das war am Ende auch ein verdientes Remis. Heute also, nach zwei sieglosen Partien, aber immer noch einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in Folge, wollen wir auch heute hier aus der schönsten Stadt der Welt, aus Hamburg, punktemäßig versuchen, etwas mitzunehmen. Und die Konkurrenz, zumindest ein Konkurrent, nämlich der VfB Stuttgart vom HSV, spielt heute ebenfalls zeitgleich zu Hause gegen Wolfsburg und unser Konkurrent, der FC Schalke, der ist zu Gast in der Bayer Arena bei Bayer Leverkusen, wo wir übrigens auch noch antreten müssen. Denn das Restprogramm hat es richtig in sich. Nach dem Spiel heute in Hamburg müssen wir nämlich noch nach Hoffenheim, zum aktuellen Tabellenzweiten, dann ein Heimspiel gegen Schalke 04 und zum Abschluss eben nach Leverkusen. Mal gucken, vielleicht können wir uns heute noch ein bisschen in Frühform schießen. Mal gucken, das Hinspiel endete übrigens 1 zu 1 unentschieden, da hatte Bobby Wood für den HSV in letzter Sekunde noch den Ausgleich erzielt, nachdem wir eine Vielzahl von Torchancen, oh Wunder, oh Wunder, liegen gelassen haben. Heute soll es hoffentlich ein bisschen effizienter vonstatten gehen. Gegenüber dem 1 zu 1 gegen Mainz, das hört sich irgendwie komisch an, gegenüber dem 1 zu 1 gegen Mainz, Wie auch immer hat Friedrich Feige dreimal umgestellt, Giasola kommt für Lyon schwerst in die Innenverteidigung zurück, Della Fiore rückt ins rechte Mittelfeld, Waschewski kommt dafür neu rein, anstelle von Julian Gressel und Nico Neidhardt ersetzt den verletzten Jose Matos, der sich im letzten Spiel gegen Mainz eine Knieverletzung zugezogen hat, deswegen wahrscheinlich auch nächste Woche bei Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen wird. Also, gehen wir es an, noch vier Spiele zu gehen. Dann wissen wir, wohin der Weg der Preußenadler führen wird. Heute erstmal Konzentration, volle Konzentration auf den HSV. Und an dieser Stelle sei gesagt, seht es mir bitte nach, wenn ich heute vielleicht nicht ganz so euphorisch bin, denn dieser Part, den nehme ich ganz kurze Zeit, wenige Stunden später auf, nachdem der HSV im Real Life abgestiegen ist. Es kam natürlich nicht wirklich überraschend, aber so ein bisschen Hoffnung hatte man ja bis zum Schluss eben doch noch. Aber dann war es klare Sache, der HSV leider abgestiegen. Und irgendwie ist es ein bisschen diabolisch, wenn ich heute den HSV auch virtuell in die zweite Liga schicken könnte. Fußballgott, was tust du mit mir? Aber trotzdem, wir sind professionell genug. Auch Heloin Feige, bekennender HSV-Sympathisant, ist professionell genug. Das Wort ist schon schwierig genug für mich. Diese Aufgabe heute mit vollem Ernst anzugehen. Und deswegen gehen wir heute natürlich wieder auf Sieg. Am 30. bzw. 31. Spieltag. Hamburger SV gegen Preußen Münster. Der HSV, wir sehen es, hat die schlechteste Heimbilanz der Liga. Und ich muss, das tut mir leid, jetzt gleich mal eben unterbrechen. Ich lasse die Startausstellung noch eben durchlaufen. Und dann muss ich das Spiel ganz kurz pausieren. Wenn du aus dem Leben kommst, gibt für dich hier nichts zu holen. Wenn du aus Korpus kommst, kannst du als am besten gleich zu laut. Wenn du aus Korpus kommst, kannst du eigentlich aus Polen. Wenn du aus München kommst, zieh mir dir die Lederhosen aus. Wenn er liegt weit, mein Weg... So, die letzten Tränen von den Augen gewischt. Dann kann es jetzt also losgehen. Der HSV und die Rothosen haben angestoßen. Von links nach rechts. Ihr habt die Startausstellung gesehen. Der HSV in einem 4-2-3-1-System. Und im Zentrum, muss man sagen, gegenüber den letzten 2-3 Jahren, hat sich da nicht viel verändert. Nur die Außenposition, die Außenverteidiger, als auch die beiden Außenflügelspieler, die haben sie neu dazugekauft. Also, die Preußen-Münsteraner im ersten Durchgang von rechts nach links. Über die linke Seite mit Clint Lehmanns, Martin Kubilanski, Tocco. Und der Verlag hat das Spiel rechts raus. Auf Kammerbauer. Ins Zentrum gelegt Lehmanns. Das befürchtete, gefürchtete Preußen-Münster-Kurzspiel. Allerdings, der letzte Pass kommt nicht bei Waschewski an. Der HSV versuchte spielerisch zu lösen. Dann doch der lange Ball von Martin. Ja, in die Füße von Tommy. Und der schickt Waschewski. Der allerdings in Abseitsposition. Wir gucken mal drauf. Ja, er als auch Kubilanski deutlich hinter der Vierer-Hamburger Viererkette. Mit Papadopoulos und Van Drongelen in der Im-Verteidigung. Martinia, hier immer noch die Nummer 1. Bekommt den Vorzug vor Julian Pollasbeck. Auch der Abschlag landet direkt auf den Kopf eines Münsteraners. Tommy, Patrick, Neithard. Gutes Zusammenspiel. Jung verschätzt sich da gegen Neithard. Klasse quergelegt. Und Waschewski hat die erste gute Möglichkeit. Testet Martinia, den Ex-Darmstädter Torwart. Und er besteht seine erste Bewährungsprobe. Gut gespielt von Preußen-Münster. Die Gäste heute aufgrund der Tabellensituation. Klarer Favorit. Erste Ecke. Die Langenkerz, Patrick, Giaszola sind mit nach vorne gekommen. Und sind in Erwartung von Erik Tommys Eckball. Und er kommt richtig gut. Patrick kommt nicht ganz dran. Zweiter Versuch. Clint Lehmanns bleibt am Wolliski hängen. Giaszola nicht im Abseits. Stellar Führer. Und Waschewski ist da. Und mal wieder die frühe Führung für Preußen-Münster. Zwölfte Minute. Da waren sie ja schon fast ein bisschen spät dran. Der Asphalt bekommt die Ecke nicht geklärt. Ich glaube, es war leicht abseits verdächtig. Bei diesem Flankenball von Giaszola, der noch vorne geblieben war. Der findet den Kopf von Delafiore. Der liegt mit dem Kopf quer. Und ich glaube, Waschewski trifft diesen Ball mit dem Schienbein. Aber auf jeden Fall optimal erwischt. Martini aus der Distanz. Nichts zu halten. Saisontor Nummer 6. Tobias Waschewski. Der vor 3-4 Spieltagen beim Spiel gegen Hannover 96 seine Wiederauferstehung erlebt hat. Ist auf einmal wieder voll im Soll. Minute 12. Preußen-Münster führt in Hamburg. 1-0. Und das könnte tatsächlich den Abstieg für den HSV bedeuten. Im wahren Leben ist es ja 2 Jahre vorher passiert. Jetzt der Fehler da von Celuska. Nico Neid hat dazwischen. Aber Tommy kommt nicht vorbei. Armkroaten Celuska. Der gerade noch so das Bein dazwischen bekommt. Sonst wäre er auf und davon gewesen. Auf jeden Fall. Jetzt mit etwas Verspätung scheint es den HSV auch hier. Man kann sagen, endlich zu erwischen. Jahr für Jahr den Abstieg knapp entgangen. Aber diesmal könnte es die Hanseaten tatsächlich auch hier erwischen. Lehmanns. Guter Ball für Waschewski. Der liegt nochmal zurück zu Tommy. Der flankt mit dem rechten Fuß. Schlecht erneut die Kopfballabwehr des HSV. Toko. De La Fiore. Mit dem Rücken zum Tor. Toko. Waschewski. Traut sich nicht zu schießen. Celuska. Kommt da nicht in den Zweikampf. Also Preuß Münster hier. Klar mit Oberwasser. Im Dauerregen. Typisches Hamburger Wetter hier. Kammerbauer. Will De La Fiore ins Rennen schicken. Geklärt von Kadar. Den ungarischen Linksverteidiger. Sein Befreiungsschlag. Den bekommt Bobby Wood sogar noch. Laufstarker Mittelstürmer Bobby Wood. Der US-Amerikaner. Allerdings da mit dem schlechten Einwurf. Schenkt den Ball sofort wieder her. Diasola dazwischen. Lehmanns. Waschewski. Kobilanski. Gegen Van Drongelen. Kein Foulspiel. Hätte man durchaus auch pfeifen können. Aber Ballbesitz für die Hamburger. Erwin Hunt. Der Spielmacher. Auf der 10er Position. Auf Glück an Türe. Der Rückkehrer. Der türkische Nationalspieler. V-Spieler. Vorteil für den HSV. Glück an Türe. Topscorer. Seines Teams. Seine flache Hereingabe. Und Ben Reuter muss das erste Mal mit seiner Franke dazwischen gehen. Jetzt Tommi. Beziehungsweise Tocco. Auf Kobilanski. Der auf Tommi. Der zurück zu Tocco. Oh, der Ball kommt nicht ganz durch. Papatopoulos. Der griechische Abwehrhühner. Steht da goldräglich. Erwin Hunt. Gute Verlagerung. Aber dann der schlechte Pass von Kadar. Und schon wieder ist der Ballbesitz Futsch. Also gefühlte 60 bis 70 Prozent Ballbesitz hier. In der ersten Halbenstunde für die Gäste. Dann aber so ein Fehlpass. Den kann Delafiore nicht erlaufen. So eine HSV lässt sich Zeit. Ja, meinetwegen. Sie liegen 0-1 zurück. Müssen hier heute gewinnen. Um überhaupt die Chance zu wahren, noch in der Liga zu bleiben. Aber sie machen es ganz gemächlich. Warum auch nicht? Gideon Jung. Schlechter Ball auch da gespielt. Aber Bobby Wood bekommt den Kopfball. Die Kopfballabwehr da von Delafiore. Und versucht es einfach mal. Im gegnerischen 16 Meter Raum. Aber da muss Bergenreuther nichts befürchten. Weiterhin halbe Stunde gespielt. Die knappe Führung 1-0 für die Preußen. Würden damit natürlich weiterhin den vierten Platz festigen. Lehmanns. Und die drei Punkte wären heute ziemlich wichtig. Denn das Restprogramm, wie eingangs erwähnt, das hat es in sich. Kubidanski. Stark immer von Papadopoulos. Sein langer Ball findet Türe. Der mit dem Kopf weiterleitet. Aber der zweite Ball wieder bei den Hansi Aten. Aber Tocco am Ende Zweikampfsieger gegen Lozano. Den Uruguayer Kammerbauer. Auch der ein bisschen zu optimistisch. Wolle sie mit ein bisschen Glück. Aber dann Bobby Wood mit dem technischen Fehler. Man sieht zum Teil schon, warum der HSV aktuell auf Tabellenplatz Nummer 17 steht. Tocco. Ah, schlechter Pass da von Kammerbauer. Warum man den da halb hoch spielt. Völlig unnötig. Und dann nächste technische Feder da. Wieder von Lozano. Eigentlich einer der besten Techniker im Team. Der Hamburger. Der den Ball erneut beim nassen Boden durchrutschen lässt. Lehmanns. Waschewski. Neidhardt. Im Zusammenspiel mit Tommy. Aber gut nach hinten gearbeitet von Türe. Aber gleich wieder der Fee-Pass. Und wieder bei Besitz. Preußen-Münster. Waschewski gegen Wollesi. Gegen Van Drongelen. Alles fair geklärt. Von Brasilianer. Meint der Schiedsrichter. Gideon Jung. Jetzt mal ein bisschen Platz für den HSV. Eine Riesenlücke. Und dann so ein schlechter Pass von Gideon Jung. Aber auch der Pass war nicht viel besser. Momentan keine Ordnung im Spiel von einer der beiden Mannschaften. Wieder der HSV mit Celuska. Abseits verdächtig. Aber Neidhardt vor den Topscorer des HSV. Vor. Bülkan Türe. Neidhardt. Lehmanns. Waschewski. Abseits verdächtig. Fahne bleibt aber unten. Erik Tommi ist auf und davon. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Riesenmöglichkeit. Da hat er wohl zu viel Zeit zu überlegen. Was mache ich? Hau ich ihn aufs kurze Eck? Mit links oder rechts? Und da hat er eine Bruchteilsekunde zu lang überlegt. Und dann kommt da so ein halber Schuss aufs lange Eckball raus. Der den Kasten des HSV verfehlt. Kammerbauer. Vor die Füße von Jung. Der mit dem Lupfer. Petric. Gut im Zweikampf. Und nochmal. Wanya Petric. Klärt er zum Abschluss der ersten Hälfte. Beim Hinspiel beim 1 zu 1 im Preußenstadion hat Petric übrigens sein bisher. Einziges Bundesliga-Tor erzielt. So Pause also. Der HSV liegt zurück. Und es kommt ein bisschen darauf an wie die Gegner spielen. Es könnte das Aus für den HSV in der Bundesliga bedeuten. Das einzige Gründungsmitglied der Bundesliga. Das seit Beginn der Gründung eben erst Liga beteiligt ist. Preußen Münster ebenfalls Bundesliga-Mitglied. Allerdings war bis dato nur die allererste Saison Bundesliga aktiv. Das hier ist die zweite Saison. Und dieses Preußen Münster führt durch diesen Treffer von Waschewski aus Minute 12 mit 1 zu 0. Und wir sehen der VfB Stuttgart führt gegen Wolfsburg. Und Schalke, was aus unserer Sicht natürlich wichtig ist, spielt bis dato 1 zu 1 in Leverkusen. Auch das ein sehr gutes Ergebnis für die Preußenadler. Also meinetwegen kann jetzt schon gerne abgefiffen werden. Aber das geht ja nicht so einfach. Denn noch stehen 45 Minuten auf dem Programm. Und die beginnt Preußen Münster mit dem Anstoß von links nach rechts spielen sie jetzt im zweiten Durchgang. Der HSV muss mit der Zeit irgendwann mehr riskieren. Und wir können dementsprechend irgendwann hoffentlich einen entscheidenden Konter zum 2 zu 0 fahren. Meinetwegen natürlich auch gerne früher. Zum Beispiel über Tocco, über De La Fiore. Man merkt, die rechte Mittelfeldseite ist nicht so seine Lieblingsposition. Fehlpass Tocco, Jung dazwischen. Aber die Hamburger waren sehr defensiv eingestellt. Deswegen dauert es, bis sie da erstmal nach vorne überhaupt irgendwie kommen. Das ist sehr, sehr kräftezehrend, wie der HSV hier spielt. Zieht sich sofort wieder zurück. Und wenn sie dann den Ball mal gewinnen, dann sind die Wege halt noch sehr weit bis zum gegnerischen Preußen Münster-Tor. Kubidanski mit dem Fehlpass. Stark gemacht von Jung. Kubidanski heute noch überhaupt nicht so im Spiel verankert. Bobby Watt, Torschütze im Hinspiel. Lozano will hier seine Schnelligkeit mal ausspielen. Aber das geht mal gründlich schief. Kammerbauer ohne Probleme dazwischen. Kubidanski, ich wollte ja erst den Ball in die Spitze spielen. Aber da war Waschewski wieder mal zu früh gestartet. Stattdessen über die Außen. Aber dann der Fehlpass von Tommy. Langer Ball auf Aaron Hunt. Gideon Jung, guter Ball. Lozano, schwacher Ball. Patrick dazwischen. Langer Ball in die Spitze. Waschewski und Della Fiore. Auf und davon. Schneller Papadopoulos. Della, Fiore, Martina und Tommy. Um Gottes Willen. Diese Szene wird in jedem Bundesliga-Jahresrückblick gezeigt werden. Der Fiore hatte schon die Riesenchance. Aber die von Eric Tommy. Das war ja eine hunderttausendprozentige. Tor war vollkommen leer. Und Tommy schaffte es aus dieser Entfernung, den Ball tatsächlich über den Kasten zu jagen. Das muss natürlich eigentlich das 2 zu 0 sein. Und das wäre die Vorentscheidung. Stattdessen der HSV. Aber die schaffen es überhaupt nicht, irgendwie kreativ nach vorne zu spielen. Toni Behena ist gekommen. Wir haben es gerade gesehen. Der Starspieler, holländischer Nationalspieler, kam für Aaron Hunt in die Partie. Jetzt wieder Lozano. Stellt sich jetzt mal auf den Ball. Bobby Wood. Und der nächste Fehlpass, Delafiore. Also, ohne dem HSV nahe treten zu wollen, das hier, wie sie sich heute präsentieren, das ist tatsächlich zweitligatauglich. Lehmanns, Kobielanski, Waschewski. Doppelter Doppelpass. Waschewski, Ball kommt fast über Umwege. Zu Tommy. Hier der Rückpass zu Martina. Und der war auch nicht ohne Risiko. Findet aber Gedeon Jung. Bögan Türe. Bobby Wood. Mal die Verlagerung auf Lozano erneut. Delafiore muss da mit nach hinten arbeiten. Kadar. Jetzt hat er das Wort an. Gerade ein bisschen Platz. Aber Tocco, mal wieder der Mann, der die Lücken stoppt. Yasoda. Kamabawa. Also, diese knappe Führung weiterhin sehr, sehr wackelig. Es ist halt nur ein 1 zu 0. Und wir werden mal wechseln. Tommi, etwas müde. Nicht mit seinem besten Spiel heute. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Lukas Höller wird für ihn kommen. Höller geht dadurch auf die rechte Mittelfeldseite. Delafiore links rüber. Und wir bringen auch mal Ulrich Barpo heute für Martin Kobielanski. Der heute, man kann glaube ich sagen, dass sein schwächstes Spiel, sein unauffälligstes Spiel auf jeden Fall, in der Rückrunde gespielt hat. Deswegen bekommt unser Topscorer auch gleich mal eine kleine Verschnaufpause. So, der ASV müsste hier so langsam eigentlich mal ins Pressing gehen. Aber sie überlassen den Preußen weiterhin das Spiel. Aber die machen ebenfalls für Preußen-Münster-Verhältnisse sehr viele Fehler heute. Töre mal im 1 gegen 1. Stark gespielt. Giasola abseits. Fahne ging etwas spät nach oben. Für meinen Geschmack. Aber immerhin die Spielunterbrechung. Und die nutzt der ASV ebenfalls nochmal zum Wechseln. Adi Nektar kommt für Gedeon Jung. Und bei uns kommen Ulrich Barpo und Lukas Höhler für die letzten gut 20 Spielminuten. Ähnliche Ausgangslage wie im Hinspiel. Auch da führten wir knapp mit 1 zu 0. Der ASV konnte aber halt noch in letzter Sekunde in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen. Auch wenn es lange Zeit nicht danach aussah. Tocco mit dem nächsten gewonnenen Zweikampf. Kammerbauer. Und er schickt Lukas Höhler. Erste Ballaktion. Barpo. Van Drongelen kann ihn gerade noch so stoppen. Tocco. Der La Flore. Und wieder das Abwehrbein eines ASV-Verteidigers dazwischen. Und Gegenzug Wallacy. Und auf einmal sind die Päuschen da relativ offen. Tocco. Diesmal kommt er nicht in den Zweikampf gegen Ektar. Bobby Wood. Und dann so ein uninspirierter Pass in die Spitze. Meine Herren. Der ASV weiß nichts mit sich anzufangen. Der La Flore wurde da gehalten. Aber der zweite Ball kommt über Nico Neidhardt. Und wird gefährlich. Barpo. Das muss der SC Päuschen Münster jetzt besser ausspielen. Aber sie spielen es nicht gut aus. Waren eigentlich sogar fast in der Überzahl. Da kommt jetzt aber noch mal die Möglichkeit über Höhler. Klasse Ball auf der La Flore. Aber der kommt nicht zur Flanke gegen Celuska. Der im zweiten Durchgang da gefestigter wird. Aber die Bälle, sie kommen einfach nicht bei uns in die Hälfte an. Neidhardt. Nächster Flankenversuch auf Lukas Höhler. Wo schießen die Preußen Adler denn die Bälle heute hin? 83 Minute. Letzte Wechseloption beim ASV. Andre Hahn kommt für Bobby Wood. Der sehr blass geblieben ist. Der US-Boy vorne im Sturmzentrum. Letzter Trumpf von Christian Tritz. Beziehungsweise Tietz natürlich. Nicht Tritz. Tritz, wie ist ein ehemaliger Spieler von Preußen Münster. Selbstverständlich. Und das war der erste gute herausgespielte Angriff des HSV. Ja, Soda kommt hinterher und dann Albin Ektal. Da hat man gesehen, er ist von Haus aus ein eher defensiver zentraler Mittelfeldspieler. Meine Herren, aus dem Nichts die Riesenmöglichkeit auf einmal. Wir werden jetzt mal sehr defensiv hier in den letzten Minuten agieren. Nichts mehr riskieren. Die drei Punkte wären unheimlich wichtig. Baschewski und dann wieder so ein schlechter Pass. Also irgendwie hat man so das Gefühl, dass sich Preußen Münster hier von der schlechten Passquote des HSV hat anstecken lassen. Aber auch hier wieder der Feder von Gerd Zola diesmal. Türe nochmal mit der Flanke. Patrick und Kammerbauer können klären. Und jetzt nochmal die Konterschance. Zola aber auch das Anspiel schlecht. Genauso schlecht wie das Anspiel. Und Bappo schaltet da gar nicht richtig. Das ist jetzt hier ein Bolz. Eine Bolz-Veranstaltung in den Schlussminuten. Zwei Minuten gibt es obendrauf. Es gibt nochmal Ecke für den HSV. Und Christian Martinier bekommt die Anweisung G mit nach vorne. Eigentlich muss der HSV hier schon gewinnen und überhaupt noch die Chance zu bekommen. Lozano beim Eckstoß. Wir sind schon eine Minute drüber. Letzte Möglichkeit für die Rothosen. Lozano schwache Ecke. Höhler was macht der denn? Also es ist sehr kurios was hier im zweiten Durchgang für technische Fehler auf beiden Seiten passieren. Und es gibt nochmal die Ecke weil André Hahn im kurzen Eck an Wellenreuther scheitert. Wir sind schon auch was die Nachspielzeit angeht drüber. Letzte Möglichkeit jetzt aber Lozano nochmal. Auch die Ecke nicht gut getreten. Kommt aber durch zu Celuska. Kommt nochmal in eine Abschlusssituation. Nochmal der Kopfball und Wellenreuther hat ihn. Und dann sollte eigentlich Feierabend sein. Jawoll! Schluss in Hamburg. Die Hamburger Fans sind nicht mehr mal in der Lage zu pfeifen. Das ist wohl einfach nur Enttäuschung pur. Denn sie wissen der HSV ist wahrscheinlich schon sowieso vorher so gut wie abgestiegen. Und jetzt könnte es sogar tatsächlich zu 100% klar sein. sollten Stuttgart und der FC Augsburg an diesem Spieltag gewinnen. Wir werden es gleich verfolgen. Auf jeden Fall wir gewinnen. Und das ist das Wichtigste aus unserer Sicht. Mit 1 zu 0 in Hamburg Siegtorschütze ist der FC Schalke spielt nur unentschieden 2 zu 2 bei Bayer Leverkusen. Dadurch haben wir jetzt 3 Punkte Vorsprung liebe Freunde auf Platz Nummer 5. So, eigentlich hatte ich vor heute nicht so euphorisch zu wirken. Und ich glaube, wobei ich könnte durchaus noch ein bisschen euphorischer werden anhand dieser aktuellen Situation. Aber seht es mir nach, mein Herz ist immer noch ein bisschen gebrochen. Vor allem wenn der HSV hier jetzt tatsächlich auch absteigen sollte. Ich glaube, Augsburg hat noch nicht gespielt. Deswegen gehen wir nochmal eben einfach voran, um uns alle Ergebnisse des 31. Spieltages anzuschauen. So, schauen wir drauf. Hertha, Hoffenheim spielen 1 zu 1. Gladbach gewinnt zeitgleich in Düsseldorf 2 zu 1. Damit müsste Gladbach schon 5 Punkte Vorsprung haben auf den Verfolger aus Hoffenheim. Münster gewinnt in Hamburg 1 zu 0. Köln Augsburg 2 zu 2. Also Augsburg hat nicht gewonnen. Aber holt den nächsten Punkt in Sachen Klassenverbleib. Bleiben aber auf Platz 16 erstmal. Leipzig schlägt Frankfurt 1 zu 0. Leverkusen Schalke wie gesehen 2 zu 2. Stuttgart schlägt Wolfsburg 2 zu 1. Die Bayern im Topspiel in Dortmund 0 zu 0. Hannover gegen Mainz trennen sich unentschieden 1 zu 1. Und dadurch haben wir jetzt schon drei Punkte Vorsprung auf den FC Schalke und liebe Freunde wir haben neun Punkte Vorsprung auf einen nicht europäischen Platz. Also wir brauchen in den letzten drei Partien nur noch ein einziges Pünktchen zu holen und wir sind in der nächsten Saison in der Europa League. Aber wenn wir schon die Chance haben vielleicht sogar noch ein bisschen höher zu spielen und die Chance ist ja aktuell gegeben dann wollen wir natürlich auch versuchen diese am Schopfe zu packen. Drei Punkte Vorsprung vor Schalke und ich erinnere nochmal dran das übernächste Spiel unser letztes Heimspiel ist gegen den FC Schalke. Allerdings haben wir jetzt ein schweres Auswärtsspiel als nächstes bei der TSG Hoffenheim die fünf Punkte Abstand Rückstand haben zu BMG zu Borussia München Gladbach die wiederum ihrerseits am nächsten Spieltag schon die Deutsche Meisterschaft klar machen könnten wenn sie gewinnen und Hoffenheim gleichzeitig gegen uns nicht gewinnt. Auch da eine interessante Ausgangslage. So und ganz unten wir schauen mal drauf der HSV ist tatsächlich nur noch in der Theorie zu retten. Sie müssten alle drei Spiele noch gewinnen hätten zwar dann wahrscheinlich die beste Tordifferenz aber Augsburg müsste gleichzeitig auch die letzten drei Spiele alle verlieren. Düsseldorf ist seit diesem Spieltag auch rechnerisch abgestiegen. Augsburg zwei Punkte hinter Stuttgart auf dem Relegationsplatz aber auch Wolfsburg und Frankfurt könnten vielleicht noch da unten reinrutschen. Es kommt ein bisschen darauf an gegen wen die am letzten beziehungsweise an den letzten drei Spieltagen noch so spielen werden. So also Preußen Münster ist auf Kurs das kann man glaube ich nach diesem Spieltag auf jeden Fall festhalten. Tabellenplatz vier drei Punkte Vorsprung vor Schalke 0-4 Also ich kann es immer noch nicht so richtig fassen Leute und jetzt kommt also ein echter Härtebrocken mit TSG 1899 Hoffenheim Vosemato sagt ich bin einsatzbereit hat sich also relativ schnell von seiner Verletzung erholt gucken wir mal eben drauf Spieler ist auskuriert nimmt also schon wieder Anfang der Woche am Mannschaftstraining teil ich bin einsatzbereit es ist ihre Entscheidung Trainer ich würde gerne spielen das wissen sie aber wenn sich die Verletzung verstümmert da muss ich länger pausieren ich kann verstehen wenn sie kein Risiko eingehen wollen ja normalerweise ist Frigolin Feige schon ein Mann ein Mensch der ins Risiko gehen würde aber ich glaube so wichtig ist das jetzt nicht Hoffen Marthos wobei ich glaube zumindest auf der Bank würde auf jeden Fall Platz nehmen Nikolaj hat seinen Job am heutigen Spieltag in Hamburg eigentlich ganz ordentlich gemacht da sehe ich mich jetzt nicht unbedingt zwingend gezwungen genau ich fühle mich nicht dazu gezwungen ihn jetzt unbedingt auszutauschen aber das wird sich Friedrich Feige natürlich bis zum nächsten Spiel noch mal genauer überlegt haben wir sind übrigens am Sonntag am Einsatz und der FC Schalke wir sehen es hat nur unentschieden die Bayern mal mit einem klaren Erfolg und das gegen Leipzig 4 zu 0 holy shit Gladbach gewinnt gegen Dortmund und das wiederum bedeutet dass Hoffenheim gewinnen muss und Schalke spielt gegen das Tabellen Schlusslicht aus Düsseldorf nur torlos 0 zu 0 was ist denn hier auf einmal los ho 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 also tatsächlich sollte Hoffenheim das Spiel gegen uns nicht gewinnen ist Borussia Mönchengladbach der neue deutsche Meister wir können also Mönchengladbach vorzeitig zum deutschen Meister küren die Mannschaft von Preußen Münster und sollten wir das Spiel sogar gewinnen dann haben wir es in den eigenen Händen ich meine wir haben es sowieso in den eigenen Händen aber dann haben wir es erst recht in den eigenen Händen Platz 4 zu festigen denn ich sage nochmal am übernächsten Spieltag ist der FC Schalke bei uns zu Gast und da würde uns dann auf jeden Fall schon ein unentschieden reichen aber gut das ist zu viel konjunktiv denn das nächste Spiel das ist noch lange lange nicht gewonnen im Gegenteil denn ausnahmsweise muss man sagen fährt Preußen Münster mal wieder als Außenseiter zu einer Auswärtspartie und wie diese Partie ausgehen wird das schauen wir dann uns gemeinsam beim nächsten mal an wenn es erneut heißt let's play FIFA 18 der Karrieremodus mit unseren Adler vom SC Preußen Münster dann zu Gast beim Tabenz beiden der TSG Hoffenheim ich hoffe ihr schaltet wieder ein in dem Sinne hoffentlich bis zum nächsten mal ciao ciao sagt euer Kehler